Warum du endgültig damit aufhören solltest, dich um die Meinung anderer zu scheren. Es mag verrückt klingen, aber wir sind für die Welt nicht von Interesse. Wahrscheinlich, und jetzt halte ich fest, gibt es nur einen einzigen Menschen, der sich wirklich um dein Wohlergehen kümmert, und das bist du. Lass uns ein wenig großzügiger sein, dann kommen wir pro Person vielleicht auf drei bis fünf Menschen, die es immerhin bemerken würden, wenn wir eines Tages vom Erdbund verschwunden wären. Kaum zu glauben, oder? Aber leider können wir dir diese unschöne Wahrheit nicht ersparen. Dabei könnte man gerade in Zeiten von Social Media und Co. auf ganz andere Ideen kommen. Wir sind praktisch 24 Stunden pro Tag mit der ganzen Welt vernetzt. Nur, wirklich verbunden sind wir nicht mit ihr. Das sind die meisten von uns tatsächlich mit niemandem, so traurig das auch klingen mag. Doch wie jede Tragödie wirkt auch diese eine große Chance. Die Tatsache, dass wir allen anderen egal sind, überreicht uns nämlich den Schlüssel zur ultimativen Freiheit. Du musst dich nun hochoffiziell nicht mehr um die Meinung anderer scheren. Welche Vorteile dir daraus erwachsen können, das verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community wirst, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1 Der Social Media Overkill Wir sind allen viel zu viel. Eine moderne Welt ohne Internet und Social Media? Undenkbar. Das halbe Leben findet dort statt, für manche Menschen auch wesentlich mehr davon. Wir kommentieren, teilen, liken und positionieren uns den lieben langen Tag. All das für ein wenig Anerkennung und Applaus von wildfremden Menschen. Einige von uns sind regelrecht süchtig danach, der ganzen Welt da draußen gefallen zu wollen. Dabei vergessen wir nicht nur die echte Welt und das echte Leben. Wir bleiben auch selbst auf der Strecke. Influencer geben inzwischen unumwunden zu, welchem psychischen Druck sie tagtäglich ausgeliefert sind. 100.000 Follower und mehr zu haben, ist keine Garantie für Zufriedenheit und Glück. Im Gegenteil. Im Grunde interessiert es niemanden, weil es viel zu viele Menschen da draußen im digitalen Nimbus gibt. Jeder präsentiert sich und ringt um Aufmerksamkeit. Und keinen kümmert es. Nummer 2. Jeder Mensch ist eine Welt für sich. Selbst wenn es Social Media und all seine Verlockungen nicht gäbe, die Situation wäre keine sehr viel bessere. Denkst Du vielleicht, Deine Nachbarn oder Arbeitskollegen würden Dir wirklich und wahrhaftig eine Träne nachweinen, wenn Du morgen nicht mehr da wärst? Du wärst höchstens ein gefundenes Fressen für Tratsch und Klatsch. Und natürlich bietet Dein Abgang jede Menge Stoff, um sich zu profilieren. Du stehst dabei nicht im Vordergrund. Du bist ein stummer Statist, der die Gier nach Lästereien und Gerüchten bedient. Ein, zwei Tage lang wird Dein Ableben ausgeschlachtet, was das Zeug hält. Danach bist Du vergessen. Die wenigen Menschen, die wirklich gerne an Dich denken, die sind auch heute Teil Deiner kleinen Welt. Im Grunde aber ist jeder Mensch ein Universum für sich. Wir kämpfen allein, wir stecken allein in unseren Sorgen und Ängsten fest. Und jede Entscheidung, die wir treffen müssen, kann uns niemand abnehmen. Am Ende des Tages und am Ende jedes Gedankens sind wir alle allein. Nummer 3 Ich, ich, ich Wir verraten Dir ja nichts vollkommen Neues, wenn wir behaupten, der Mensch ist ein Egoist. Ein paar Ausnahmen wird es geben und ein paar von uns stellen sogar das Wohl der anderen oder gar das Gemeinwohl über ihr eigenes. Aber diese Gutmenschen sind dünn gesät. Das ist kein Vorwurf, sondern eine anerkannte Wahrheit. Der Mensch hat gelernt, auf sich selbst zu schauen, um zu überleben. Zwar gelingt ihm das in der Gemeinschaft besser als im Alleingang, aber wenn es hart auf hart kommt, wissen wir, für wen wir uns entscheiden. Nummer 4 Behalte die Kontrolle über das, was die Welt von Dir sieht Auch wenn alles, was Du postest oder teilst, schnell in Vergessenheit gerät, das Internet vergisst nichts. Es muss nicht sein, dass Du Dir selbst einen Strick drehst aus so manchen Informationen, die Du unbedacht in die Welt hinaus posaunst. Aber sei lieber vorsichtig damit. Du hast es schließlich in der Hand, wie viel Deine Vorgesetzten, Familie oder zukünftige Bekannte und Wegbegleiter über Dich wissen dürfen. Nimm Dir ausnahmsweise die harten Bandagen zum Vorbild, mit der in der Politik gekämpft werden. Dort lautet ein beliebtes Motto Message Control. Nummer 5 Nutze die gewonnene Zeit für wichtige Dinge Und noch einen Vorteil hat es, wenn sich niemand wirklich für Dein Treiben interessiert. Du kannst dieser ganzen verlogenen und heuchlerischen Internet-Parallelwelt jederzeit den Rücken kehren und Deine Tage mit sinnvollen Aktivitäten füllen. Das Streben nach einem Dopamin-Kick ist nicht halb so erfüllend, wie etwas wirklich Produktives, Kreatives, Nachhaltiges oder vielleicht sogar etwas richtig Gutes auf die Beine zu stellen. Unser heutiges Fazit In einer Welt, in der Du unsichtbar bist, kannst Du alles sein. Entscheide Dich für das Richtige. Es wird Dir erst seltsam vorkommen, das zu erkennen. Niemand kümmert sich um Dich. Alles, was Du online stellst oder im Rahmen einer Unterhaltung im echten Leben erwähnst, ist bereits Sekunden später vergessen. Auch Dich vergisst man, sobald Du aus dem Blickfeld der Wahrnehmung verschwunden bist. Am Arbeitsplatz würde man Dich innerhalb kürzester Zeit bereits ersetzt haben. Und Familie und Freunde? Wenn Du Glück hast, würden sie Dich angemessen vermissen. Aber seien wir ehrlich, das Leben geht auch hier seinen gewohnten Gang einfach weiter. Mit Dir oder ohne Dich? Das spielt letztendlich keine Rolle. Aber betrachte diese Tatsache nicht als deprimierender Nachteil. Rücke den Vorteil, der sich daraus ergibt, in den Vordergrund. Du kannst alles machen, was Du willst, solange Du damit niemandem schadest. Hol für Dich das Maximum heraus aus diesem Leben. Das ist Dir seine Gleichgültigkeit und seine Vergänglichkeit mehr als nur schuldig. Du kannst alles sein, alles tun und alles werden, wonach Dir der Sinn steht. Niemandem wird es kümmern, außer Du wirst reich und berühmt. Dann wird man sich Deiner plötzlich erinnern. Doch der eigentliche Vorteil besteht in dem Befreiungsschlag, den Dir die Gleichgültigkeit Deiner Mitmenschen auf dem Silbertablett serviert. Die Meinung der anderen ist dann nicht mehr Dein Problem. Pfeif drauf, so wie Sie es umgekehrt auch tun. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald! Zusehen und bis bald!